so wie lange wollen wir machen bis halb neun ja gut ja bis zehn halb neun dann was hast du denn schon wieder und wie ist die rüstung ist gut oder welche rüstung ist das okay easy crafting table auto crafting table brauchen redstone eine werkbank und ein buch ich baue mal so ein easy crafting table mal gucken was das ist was braucht man redstone ich will aber bauen redstone brauchen wir brauchen 1 2 3 4 für eine werkbank easy crafting table und ein buch und ein buch mal gucken was der easy crafting table dann kann bin ich ja mal gespannt ein buch ein buch ein buch ein buch ein buch zum besuch so so ein easy crafting table ich bin mal gespannt was dabei herauskommt wenn ich den jetzt baue weißt du so easy crafting table halt das ist der atlas den ich jetzt habe ich ein easy crafting table gebaut was kann das ding ok es zeigt an was es kann das war ja gar nicht sehe du denn nicht denn wenn du das irgendwie kindergarten dочку das ist das es schon sehr 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 samh desto sehr schön So ein Easy Crafting Table. Ja, ich habe ihn schon mal gebaut. Ich lasse ihn erstmal hier. Wer weiß, für was man ihn gebrauchen kann. Vielleicht muss man die Sachen auch irgendwo im Lager haben oder sowas. So, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wo hast du die Sachen denn gekauft? Bei welchen Händler? Wo war denn das? Bei den Gästehäusern. Oh, da ganz oben. Ja, da kann er ja nochmal hingehen. Erstmal nach Seehuser. Wo waren Sie Hüser zum Turm der Wacht? Ne? Ja. Da sind wir da. Soll ich da gehen? Mal gucken, was sie überhaupt dann kosten dort. Oh, mal gucken. Wie? Schön gleiten und angekommen. So, weiter geht's. Ja. Wahrscheinlich gegen Goldmünzen. Ja. Das ist ordentlich. Und die Chefin. Dann sind wir noch nicht für die Mäste. Ops, bin noch hängen geblieben. Eine ordentliche Scheffe in Sachse, okay. Irgendwie regnet das hier schon wieder. Oh Gott, das ist ja helle Aufregung. Treppen auf, kappeln wieder runter. Das Dorf können wir noch ein bisschen besser ausbauen vielleicht. Noch ein paar mehr Holzer vielleicht bauen. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Also in der Schenke da, bei Helmut, wie er heißt, oder? Ja. Das ist ein Mistwetter hier, ey. Ach, ich will mal teleportieren. Ich glaube, ich nehme das mal weg da, oder? Nein! Warum denn nicht? Ja, aber wenn es haarig wird, teleportierst du dich weg. Ja, aber wenn es haarig wird, teleportierst du dich weg. Nein, ich wurde nicht haarig, aber meine Haken geht kaputt. Ja, und? Deswegen kann man auch im Dungeon trotzdem bleiben. Ja, ohne Haken. Das ist nur ohne Haken im Ganzen. Ja, dann muss man sich besser vorbereiten. Find's wieder lustig, ne? Ja, das ist doch schön. Hier ist Kenneth, sein Gasthaus. Ich muss mal auch so Fressen kaufen. Okay. Das war bei den Zwerg gehenden, ne? Prototyp Beinschienen, Prototyp Brustpanzer. Prototypen Helm. Und Schuhe. Och, das ist alles so teuer. Das ist so teuer. Da brauchst du ja 36 Goldmünzen. Für Bruchstein kriege ich was. Nicht Bruchstein dabei, aber er ist weggepackt jetzt zu Hause. Super. Okay, also brauche ich ganz, ganz viel Geld dafür. Aber ich habe ja Zeit. Ich habe ja mein Amethyst Brustpanzer wieder neu gemacht. Das ist ein Mistwetter hier. Zack. Hier werden die Huse. Wenn ich schon mal hier bin. Ich kann ja mal kurz beim Pfaffen vorbeigehen und ein bisschen Edelsteine mir holen. Heute natürlich ganz schön weit gereist, ne? Ach, ich hatte was dabei gehabt. Ich blöd Mann. Oh Mann, ich habe Minecraft-Spielen verlernt. So. Da habe ich mir jetzt mal vier Diamanten mitgenommen. Zwei Gehörner verkauft, gibt es ja noch eine Goldmünze für. Ist zwar nicht viel, aber besser ist gar nichts. Besser ist gar nichts. Gehen wir mal wieder. Das ist ein hässliches Wetter hier. Und wieder zu Hause. Na Gott sei Dank. So, dann werden wir ein paar Sachen hier abladen. So. Gucken wir doch mal. Ach, Minecraft ist so ein tolles. Das ist Zucker. Einfach ist genial. So, das und das und das. Jetzt haben wir noch einen kaputten Helm, jetzt können wir den Helm einschmelzen, mit dem Goldhelm geht das? Nein, den Goldhelm kann man nicht einschmelzen. Kann man hier ein Goldhelm einschmelzen? Geht auch nicht, nein, ok. Geht auch nicht, sagt er. So, da es regnet, gehe ich jetzt. Ach, Schoki ist wieder zu Hause. Und hält die Rüstung einiges aus? Ja, der einiges aus. Da ist es doch schon. So, was mache ich denn jetzt noch? Ich könnte ja noch mal nach Erzen buddeln. Ich mache das einfach mal. Versuche dabei mal nicht zu sterben. Mach das. Ernten tun wir aber beim nächsten Mal wieder. So, ich gehe mal runter hier. Irgendwann muss ich mal von unten mal eine Pipeline hochbohren, dass man die Sachen gleich unten reinschmeißen kann, weißt du das? Ja. Und vielleicht mit einer Lohrenbahn das Ganze machen, automatisiert oder sowas. Das wäre es doch mal. Ja, hier unten muss noch ganz viel gebaut werden. Guck mal, Grünschiefer. Da ist ganz viel Grünschiefer. Wenn ich mir auch versuche nach Gold oder sowas, weißt du? Ja, Gold. Weil Gold habe ich ja noch nicht gefunden. Der Feuerturm. Und hier buddel ich mal nicht weiter, aber irgendwo Lava. Das ist vielmehr nicht. Und hier müssen wir noch so viel angleichen. Das geht auf keine Kuhhaut. Jetzt noch Ebene 13 wenig. Ebene 13 ist immer ganz gut. Dann bauen wir hier mal einen Gang mal rein. Okay, ich habe Redstone gefunden. Da ist schon mal ein bisschen was. Aber Gold wäre besser. Nicht wahr? Ja. Ja. Ich habe Lava es gefunden, okay. Okay. Kann man die Rüstungen einschmelzen? Goldrüstungen? Geht auch nicht, ne? Ne, geht leider nicht, nein. So, hier blubbert irgendwo Lava. Gelb ist neutral, ne? Ja. Hier ist Lava, okay. Gelb ist neutral, ja. Warum? Wollte ich nur interessalber wissen. Achso, okay. Ich habe noch kein Gold hier wieder gefunden. Ich glaube, ich muss langsam mal wieder ein paar packen wollen. Dann habe ich den Eindruck. So, da gibt es Lapis. Das ist Eisenerz. Okay. Ich habe eine Unmengen von Eisenerz gefunden, okay. Ich habe kein bisschen Gold gefunden hier. Bist du auch noch Golderz? Ach, Gold. Gold. Ach, was war das schön. Oh, ich muss was essen. Ich habe Hunger. Ich weiß nicht, welcher Mod total fies ist oder Hunger Mod. Ja, den haben wir eigentlich drauf. Das fällt da auch noch. Bloß nicht drauf. Nein, der kommt auch nicht drauf. Ja. Da ist Grundgestein, okay. Golderz. Ich habe wieder Gold gefunden. Das ist doch schön. Super. Ich baue nochmal ab hier. Grundgrube. Das ist Eisenerz. Das ist egal. Das Restor mit. Das brauchen wir ja auch. Da kann man wieder solche komischen Sachen bauen. Wie diese Anzeigen, ne. Aber jetzt muss ich auch mal hier rumpacken. Wollen wir jetzt noch haben? Bis 10.30 Uhr oder willst du noch was dranhängen? Nö, bis 10.30 Uhr reicht. Okay. Ich frage ja mal, ne? Ja. Au. Oh, hier steigt sich ein Creeper an. Wo kommt der denn her? So eine Frechheit. Ein richtiger Booster böser Creeper hier. Aluminiumerz. Das nehme ich auch mit. Ich glaube, es ist ja näher hier. Ich würde irgendwas tierisch knurren. Kohle. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Eisenerz nehmen wir auch nochmal mit. Irgendwas knurrt hier aber verdächtig rum hier. Irgendwo ganz in der Nähe bei irgendetwas. Okay. Der Gang gibt nicht mehr viel her, wie es ausschaut. Hier gibt es nicht mehr viel, glaube ich. Der Gang. Ich baue noch ein bisschen weiter geradeaus. Was haben wir denn da? Ich habe mal Lava gefunden. Also, es wird immer mit vier an der Amuse ihre Cityaaaaar本当, die ich nichtgekna metres ab. Ok! Was machen wir weiter? 막kat번ferienen! timeges Trip sinne! werden können. Nein! Okay, da war Lava. Lava Lava. Das Eisenerz. Okay. Ach, hier bin ich wieder. Das ist so toll. So, hier geht es wieder hoch. Geht es auch wieder raus? Ach, das ist ja in der gleichen Ecke, wo ich letztens schon mal verzweifelt bin, wo es rausgeht. Toll. Eifer pepsch, wo geht es denn hier hinaus? Das Brunnen hat ja letztens da auch gehabt, dass ich hier nicht wieder rauskam. Rechts die Fackeln, hier geht es hoch. So, sind wir wieder auf dem Heimweg. Dann gehe ich jetzt nach Hause und lade ab. Ich auch. Rechts die Fackeln, jawohl. Ich muss hier, ich muss den ganzen Bereich hier mal richtig schön bauen hier vorne. Jetzt habe ich hier wieder ein Meißel. Ich muss da unbedingt mal eine Truhe hinbauen mit dem Verteiler. Ja, das ist... Ich kann gleich unten alles reinschmeißen. Das wäre definitiv besser, glaube ich. So. Was haben wir jetzt hier? Eisenerz. Haufen Kohle haben wir. So, was haben wir hier? Der Rätseln hat sich wieder total gelohnt. Grünschieber haben wir, wie verrückt. So. 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 So ein Stack hier lassen. Das habe ich da noch hier drin. Den kann man ja hier rein tun, hier. 64er. Jetzt füllen wir die Sache wieder auf. grün schiefer läuft voll das ist gut diese anzeigen sind sehr sehr gut aber wir haben noch so viel noch an anzeigen wenn schon noch zu bauen das ist mache das für hopper takts haben überhaupt sie könnte ich nächstes mal vielleicht mal so eine pipeline bauen weißt du aber erst mal sie unten das alles ordentlich machen dann kann man sowas machen ach ja so ja warte ich kümmer mich schnell darum und dann ist schluss heute ok ich komme schon wahrscheinlich gerade auch nacht nach super klasse eine schöne wiese hier hat nicht viel hergestellt die bienenkönigin nochmals mal neue bienenkönigin der zwei die da mal rein kann die bienenkönigin da auch wieder rein kann die da wieder arbeiten haben wir so können wir schüssen sagen oder ja klar ich komme jetzt gehen wir nach oben hoch so ich sitze außerdem tue ich dann beim nächsten mal ja möchtest können wir am donnerstag noch mal minecraft spielen wenn du möchtest ach ja stimmt da war ja was ok ja genau stimmt da war ja was ok freunde das soll es heute gewesen sein ich hoffe hat euch spaß gemacht und dann sagen wir bis zum nächsten mal ciao tschüss